Uttana Padasana ist das Heben der Beine. Uttana heißt unter anderem aufrechten stehen, heißt aber auch heben. Uttana Padasana kannst du dynamisch üben, zum Beispiel kannst du einatmen, die Beine heben und ausatmen, wieder senken. Einatmen, heben und ausatmen, senken. Das kannst du ein paar Mal machen, idealerweise hältst du die Lendenwirbelsäule dabei am Boden. Uttana Padasana ist aber auch die Bezeichnung einer statisch gehaltenen Stellung, wo du die Beine oben hast, beziehungsweise sogar so weit nach oben, wie du kannst. Du lächelst dabei und nutzt dabei auch die Bauchmuskeln, um die Beine oben zu halten. Etwas anstrengender ist es, die Beine nicht 90 Grad oben zu halten, sondern nur 45 Grad. Da musst du nämlich mehr Bauchmuskeln nutzen und dann ist es auch wieder das halbe Boot, also Ardha Navasana. Da, da. Das war's.